So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eigentlich ist heute Mittwoch und Mittwoch mache ich ja immer Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche, mit dem Schocker der Woche. Da ich aber total Stress habe, mir richtig schlecht ist, die Zeit mir wegrenne, ich dann auch gleich mit Hannes nochmal los muss, er muss dann auch zum Zug zum Bahnhof, sein letzter Tag heute hier, werde ich wahrscheinlich Raid am Mittwoch erst später aufnehmen und dann am Donnerstag rausbringen. Gleichzeitig sorgt diese Ankündigung hier schon wieder für Verwirrung. Und weil das auch brandaktuell ist und jetzt am Wochenende eine wichtige Rolle spielt für Leute, die diese exklusiven Codes erwerben wollen und die ganze Zeit wieder gefragt wird, ist das heute? Wann ist denn das? Wo kriege ich den Code? Wie geht das? Wie funktioniert das? Da habe ich mir gedacht, machen wir halt das Video jetzt kurz darüber für heute, damit ihr genau wisst, was euch am Wochenende erwartet. Gleichzeitig aber noch eine kleine Info, was man jetzt so in den Titel schreiben kann, um Klicks zu ziehen. Pokémon aus der Paldea-Region erscheint bald in Pokémon Go. Gestern war das Pokémon Presents, das haben wir ja geguckt zusammen im Livestream. Und da wurde angekündigt für September, dass Pokémon aus der Paldea-Region im September zu Pokémon Go kommen. Wir können uns ganz kurz hier diesen Trailer mal angucken, wenn ihr wollt. Der ist auf dem Pokémon Go Deutschland-Kanal mit 11.600 Abonnenten. Mensch, darf ich ja sogar mehr. Ja, das ist egal, das ist nix. Ein Abenteuer steht bevor. Guckt euch mal den Trailer an, ich bin jetzt ruhig. Beziehungsweise haben wir den ja gestern schon gesehen. Ach, ich bin doch ruhig, habe ich gesagt, genau. Überall Schuhe. Ach, ich bin doch ruhig, habe ich gesagt. Boom, das war schon alles. Niantic, Pokémon Go, September 23. Das waren natürlich die drei Starter aus der Paldea-Region. Ich habe damals ja Kroke genommen. Ich finde, das war das männlichste, brutalste, heftigste Monster. Die Katze für die Damen. Der Inten-Starter für den Thomas. Und ich habe halt den Feuer-Starter genommen, weil ich den cool fand einfach. Und ich fand den so genial. Welchen habt ihr damals genommen? Und freut ihr euch jetzt drauf, wenn das jetzt schon zu Pokémon Go kommt? Jetzt geht es aber um diese Pokémon World Championships 23. Codes für exklusive befristete Forschungen bei der Twitch-Übertragung der Pokémon Go Weltmeisterschaft 23. Normal war es so, wenn die so einen Stream gemacht haben, irgendwann im Stream, im Chat haben sie so einen Code veröffentlicht. Und dann kamen die Leute und haben das geteilt in den Gruppen und haben gesagt, hier Leute, hier ist der Code, alles hin und her, bla bla bla. Dann konnte den jeder eingeben, die waren eine bestimmte Zeit gültig. Und dann hat man gewartet, bis vielleicht der Nächste kommt, wer den nicht mehr einlösen konnte oder so. Das denken die Leute sich jetzt auch, dass sie einfach den Code in den Fan-Chat zum Beispiel teilen. Jeder das eingibt und alle glücklich sind. Ich glaube aber, das funktioniert nicht. Da jeder selber seinen eigenen Code generieren muss und eingeben muss, sonst kriegt er nichts. Also wem das wirklich was bedeutet, der muss auf sein, der muss gucken, der muss teilnehmen. Ist, naja, für die meisten jetzt wieder total dumm, total blöd. Die sagen, was, ich habe nicht mal Twitch und ich werde mich sicherlich nicht hinsetzen und diesen Stream gucken. Ich will nur die Items. Aber haben diese Leute die Items überhaupt verdient, wenn die sich sowieso nicht dafür interessieren? Und die, die sich dafür interessieren, kriegen das und die anderen kriegen es eben nicht. Ist vielleicht fairer, ist vielleicht besser, aber ich weiß, die meisten werden jetzt schon wieder dann schlechte Laune haben. Codes für befristete Forschungen während des Twitch-Livestreams zu Pokémon Go. Zusätzlich zum Event in Pokémon Go und dem Livestream aus Yokohama haben Zuschauer, die den Twitch-Livestream zu den Weltmeisterschaften für mindestens 30 Minuten lang verfolgen, die Chance auf Codes für zwei exklusive befristete Forschungen. Das Video zu dem anderen Stream und zu dem ganzen Event, zu dem ganzen anderen Zeug. Mann, ist das nervig, wenn da immer so rumgeraschelt wird. Ah, die hört doch jetzt einfach mal auf, wenn ich hier was mache. Ah, die Schatz. So, das ist sehr gut. Team-Wari, ach so, Tag 1. Es gibt zwei Codes. Sammelt alle eure Gedanken, blendet die Katze mit dem Ball im Hintergrund aus, die mit der Pappe spielt. Tag 1, befristete Forschung, Super-Super-Liga. Trainer, die den Code aus dem Livestream zum ersten Event-Tag einlösen, erhalten eine befristete Forschung rund um die Grundlagen der Trainerkämpfe. Zur Belohnung begegnet ihr einigen Pokémon, die sich gut für die Super-Liga eignen. Ihr könnt zwischen den folgenden Belohnungsbegegnungen auswählen. Team-Variante 1, 2, 3. Da ist Panzer-Eron, Mundtier-Sumbex, Tromborg-Noctu-Landtouren und Azumarill-Nachtara-Grefeldes. Welches finde ich jetzt am coolsten? Ich glaube, Panzer-Eron habe ich selber schon mal gespielt. Zumbex und Mundtier finde ich beide richtig cool. Ich würde wahrscheinlich die 1 wählen. Hier habt ihr Tromborg-Noctu-Landtouren, Azumarill-Nachtara-Grefeldes. Azumarill ist ja in meinem Super-Liga-Team, wenn ich mal zocke, immer mit drin. Müsste ich doch die 3 wählen. Ich weiß nicht. Ihr könnt euch das gönnen. Zusätzliche Belohnungen, 8000 Stauben, Premium-Kampf-Bass, Sternstück und vieles mehr steht hier dabei. Die Codes sind bis zum 20. August um 2 Uhr gültig. Pro Konto kann nur ein Code für jede befristete Forschung eingelöst werden. Und das ist halt auch das Ding. Da kann nicht einer einen Code teilen und jeder gibt den ein. Ein Code kann nur einmal eingelöst werden. Jeder muss seinen eigenen Code holen. Und wie, das steht weiter unten nochmal. Tag 2, befristete Forschung, Dancing Rob's Champion. Das ist Dancing Rob. Der hat einen Mundschutz und einen Pokal. Der hat gewonnen letztes Jahr. Das war richtig brutal. Trainer, die den Code aus dem Stream zum zweiten Tag einlösen, erhalten eine befristete Forschung. Zu Ehren des allerersten Weltmeisters Dancing Rob. Er hat den Titel 22 in der Masters Division errungen. Für die Forschung erhaltet ihr ein Pokémon, das ihnen zum Champ-Titel verholfen hat. Darüber hinaus folgende Belohnungen. Gala Flunschlik, Top, Lade-TM und vieles mehr. Also gerade auch für diese Top-Lade-TM lohnt es sich schon, 30 Minuten lang mal da reinzuschauen. Und es ist ja auch am Wochenende. Es ist am Wochenende. Da hat man ja vielleicht Zeit. Das Problem ist, es ist halt 2 Uhr nachts oder so. Fängt das glaube ich alles an. Stellt euch halt einen Wecker, keine Ahnung oder schlaft wieder ein. Wie kriegt man jetzt die Codes? Code erhalten und einlösen. Erstens, dem Pokémon Go Kanal auf Twitch folgen. Folgt dem offiziellen Kanal auf Twitch, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die Übertragung beginnt. Also ihr müsst dem eigentlich nicht folgen. Aber wenn ihr dem folgt, dann kriegt ihr vielleicht besser mit, wann es losgeht. Hier ist der Link dazu. Twitch.tv slash Pokémon Go. Zweitens, Livestream zu den Weltmeisterschaften am ersten und oder zweiten Tag ansehen. Am Freitag, dem 11. August ab 2 Uhr durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende. Samstag, 12. August ab 2 Uhr durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende. Das heißt, ihr müsst nicht mal mitten in der Nacht das gucken. Ihr könnt auch tagsüber euch einklinken und einfach eine halbe Stunde mal so einen Stream verfolgen. Das dürfte ja für jeden, also wenn man ein Twitch-Konto hat oder so, möglich sein. Außerhalb der oben aufgeführten Zeiten für den Livestream laufen das ganze Wochenende lang Wiederholungen. Wenn ihr eine Übertragung verpasst, könnt ihr die Codes auch erhalten, indem ihr die Schritte in einer Wiederholung befolgt. Drittens, Giveaway-Panel suchen. Da wird es jetzt kompliziert, da bin ich raus. Ich bin doch hier, hab doch keine Ahnung. Während des Livestreams wird ein Panel unter dem Twitch-Stream des Pokémon-Go-Kanals eingeblendet. Da steht dann irgendwann Pokémon-Go-Giveaway. So, das ist leider, bewegt sich das die ganze Zeit, aber wenn ihr da seid, ist unten drunter ein Panel. Das heißt Panel, dieses Feld, was da eingeblendet wird, Pokémon-Giveaway. Da müsst ihr eure Switch-ID teilen. Wählt Twitch-ID teilen aus, damit eure Watch-Time erfasst wird. Dann merken die nämlich, du bist ein einmaliger Zuschauer. Und dann wird eine halbe Stunde lang gemessen, bist du da, guckst du. Also du kannst auch das anklicken und kannst eine halbe Stunde schlafen. Und dann nach einer halben Stunde klingelt dein Wecker und dann, ey, ist die Zeit voll. Du musst ja nicht gucken, aber du musst halt dort draufdrücken und so tun, als würdest du gucken. Da steht also Pokémon-Go-Giveaway. Hey, tune in for 30 minutes and get an in-game reward for Pokémon-Go. To be eligible, share your Twitch-ID now. Share Twitch-ID. 30 Minuten lang zusehen. Ein Timer erscheinen, der eure Watch-Timer fasst. Wenn ihr den Stream minimiert, wird der Timer pausieren. Also ihr müsst es offen auf dem Bildschirm dann drauflassen. Ihr könnt auch vom Handy aus gucken natürlich. Wenn ihr die Seite aktualisiert oder wenn ihr den Stream schließt, wird der Timer möglicherweise zurückgesetzt und explodiert. Deswegen nie kürzer, nie unter 50 Kilometer pro Stunde wie bei Speed der Bus. Nein, guckt einfach 30 Minuten halt da und nehmt euch die Zeit und dann Code abholen. Wenn ihr 30 Minuten lang zugesehen habt, erscheint die Schaltfläche Code abholen. Wählt diese aus, damit euch der Code angezeigt wird. Was machen die denn? Code einlösen. Klickt oder tippt auf den angezeigten Code, damit dieser in eure Zwischenablage kopiert wird. Über den Direktlink unter dem Code gelangt ihr zu der Seiteangebot Einlösen. Falls ihr Probleme beim Einlösen habt, findet ihr in diesem Artikel, kriegt er nicht, Informationen zum Einlösen. Es gibt noch mehr Grund zum Feiern. Das sind wieder die anderen Sachen. Da gibt es wieder Codes für T-Shirts und alles und hin und her. Aber das haben wir ja in einem anderen Video. Also, wenn es euch möglich ist, nutzt an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, die Zeit. Stimmt das überhaupt, Freitag, Samstag? Jetzt muss ich nochmal gucken. Freitag, 11. August, Samstag, 12. August. Nutzt an diesem Wochenende die Zeit. Das ist sehr gut, weil Sonntag ist ja wieder Community Day. Guckt also Freitag und Samstag mal auf Twitch. Schaut da rein. Ich werde euch diesen Artikel unten verlinken, wenn ich es nicht wieder vergesse, so wie gestern. Und dann holt euch das. Holt euch das. Holt euch wenigstens die Top-Lade.dm vom zweiten Tag. Aber nehmt eigentlich alles mit. Nehmt alles mit und dann passt das. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ihr den Peace out vorhaut. Euer Ramses. Freut ihr euch auf die Paltea-Starter? Schreibt es mal rein. Ciao. Tschüss, Hannes. Tschüss.